Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge Assassin's Creed Syndicate und diesmal machen wir wieder mit einer der Hauptmissionen weiter. Und zwar natürlich mit einer der Jacob-Missionen, weil wir die in einem Strang fertig haben wollen. Oder ich möchte die in einem Strang fertig haben. Oh, das Kleid ist ja da geworden. Was ist denn das? Weißwein? Eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Thämse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Hm, er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben sie mir ein Glas auf. Das ist sehr... ...schräg. Möchte ich nur mal so sagen. Also womit könnte ich Starrix Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Oh. Temse nicht büggeln oder hineinfallen. Was? Ach, wir fahren. Ja, wunderschön. Sag mir das doch einer. Ah, da kommen die Nächsten. Und da ist ein Holzsteg. Ja, ich bin nicht reingefallen. Ich bin nicht reingefallen. Nein, runter, runter. Weg, 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 weg. Und? Gut. Ich habe die Temse noch nicht berührt. Das ist in Ordnung. Die machen ganz schöne Bugwellen. Uh. Shit. Dann lassen wir Melners Firma doch untergehen. Wie kann ich das jetzt machen? Ach, die muss ich sabotieren. Gut, dann lass mal ein bisschen schleichen. Ja. So. Schön hier warten. Genau, ein bisschen pfeifen. Hm. 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 Oh. Wollte ich jetzt nicht. Das. Ich. Die. Halluzinogen. Wollsten. Nehmen. Sollen. Das hat nicht so wirklich gewirkt. Mit der Dynamitkiste zerstören. Okay. Okay. Aha. Guck mal. Hier haben wir eine Dynamit. Hey. Ich möchte die tragen. Ja. Tragen. Nicht mehr und nicht weniger. So. Fallnasten. Und anzünden. Und weg hier. Das Ding. Oh. Ich hab keine Halluzin. Nein. Los doch nicht an. Ich brauch so einen scheiß Halluzinogen Bolzen. Und die haben die hier nicht. Das ist doch so ein geiles Feuer gewesen. Das hätte man so schön einfach. Schön weglaufen. Ich weiß nicht, wie heftig die Explosion ist. Okay. Ah. Wunderbar. Ich liebe seltsame Geräusche. Ich wollte mal nachsehen. Ich hab genug davon. Ich bin dieser verdammte Arbeitlein. Ich will nur noch eine wunderbare, vorhersehbare, lange Weile. Ah. 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 Jetzt hab ich den Halluzinogen Bolzen. Oh. Ah. 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 Sieht er mich? Schlecht, wenn ja. Naja, egal. Ach, die sind alle überall, nur nicht auf den Fähren, wo sie hin sollen, ne? Dann lieber Jakob, der macht das schon. Was um alles in der Welt. Oh. In your face. In your face. Coole Truhe, die wir öffnen können. Und. Ah, wir haben keinen halogizinogenen Bolzen mehr. Das ist natürlich schade. Die Frage ist nur. Kommen wir jetzt an ihn heran? So, natürlich. Hm, 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 hm. Dieser Tag musste herkommen. Mr. Staric war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Staric. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Staric und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Oh. Haben wir gerade dem Feind geholfen? Und alle Kutschen und so weiter zerstört, die die Freunde hatten. Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Oh ja, meine liebe Pearl. Das war nicht so cool, was du gemacht hast. Ja. Ach. Bin ich ja jetzt ernsthaft nicht drüber gekommen. Hm. Wie ist der jetzt? Warte, das ist... Der hat sein Gleichgewicht verloren. Pff. Wegen mir. Wo sind denn jetzt... Wo kommen denn jetzt die nächsten Schiffe, hm? Ich kann mich jetzt auch nicht hier irgendwo entlanghangeln. Was viel cooler gewesen wäre. Doch. Doch. Und ich sammle mir noch so ein schönes Fragment ein. So, Pearl, du bist da an der Seite. Klar. Gehen wir mal ein bisschen hier über die Däscher. Und kümmern, was du da so unten treibst, ne? Meine Liebe. Oh, die Musik passt gerade. Oh, die Musik passt gerade. Mal heißt erreichen, Töten. 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 Ja. Töten Töten, der der für die Tempsum-ику ist. Wo sind sie mit dem, der mal neu mit dem? Töten, der für die Tempeler arbeitet? Hast du denn keine schönen Erinnerungen an unsere Kindheit? Die Sommer in Midford. Du und ich da unten am Bach. Das ist ein formelles Treffen, Pearl. Eine Sentimentalität. Schau nicht zur Finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Was für ein Scheiß. Waterloo Station. Waterloo. 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 Ihr seht mich nicht Hm Zwei Schmuggelagen gleichzeitig sabotieren Oh Ja Habe ich jetzt nicht hinbekommen Naja Aber wir haben neue Sachen bekommen Habe ich gerade gesehen Ich weiß nun jetzt nicht was Assassinenhandschuhe Da Kann ich denn herstellen 3500 Kriege ich hin Einen neuen Assassinenhandschuhe Ein Upgrade plus 1 Bringt eigentlich nicht so wirklich viel Die Chimera Meine Single Action Army behalte ich Aber Das ist eine Single Action Army Die kann man Dieser Gegenstand muss hergestellt werden Ich kann ihn aber nicht herstellen Habe ich noch eine Fähigkeit hin Nein Gut Dann würde ich sagen War es das für heute Bis zum nächsten Mal Haut Drei Drei Vielen Dank.